Es gibt doch ein kleines Problem. Diese Science-Cops. Es sieht nicht so aus, als hätten sie sie wirklich im Griff. Andy! Die Leute wollen ja immer noch wissen, was Sache ist. Das hier, das ist noch nicht mal eine richtige Studie. Das ist ein Fall für uns. 2.1 TSI. Das Schlüsselwort hier ist doch schwach. Nur weil etwas natürlich ist es ja nicht automatisch gut. Viren, Bakterien, Arsen, Blei, Uran, alles natürlich. Ich würde mal interessieren, ob die Leute das auch schlucken würden. Also ihr denkt wohl, ihr wüsstet alles besser. Hm? Sag mal, woher kommt der Drang, sich immer in Kontroversen einzumischen? Sag mal, hörst du den Podcast überhaupt? Liebe Leute, wir sind Max und Jonathan. Und es kann sein, dass das, was ihr jetzt hört, das Letzte ist, was ihr jemals von uns hört. Also ich bin hier nur der Koch, aber das ist totaler Blödsinn. Mach für's. Ich bin hierfür bin der Koch vorici. Ich bin hierfür von uns hört, aber das wissen Sie imatisfól, was ihr jacket fühlt sich ja nicht an. Ich bin hierfür bei uns verstanden. Verletz, wir können hierfür von uns hören, ausschauen. Untertitelung des ZDF, 2020